Die Nomination ist eine sehr hohe Wertschätzung für die Arbeit, die wir im internationalen Team mit Babson College geleistet haben. Unser Projekt hat das Ziel verfolgt, ein Management-Cockpit zu entwickeln für Sicherheitschefen der 26 grössten weltweit tätigen Banken. Wir haben das Management-Cockpit mit Schlüsselkennzahlen gefüllt, sodass sich die Sicherheitschefen gegenüber ihren eigenen Zielen messen können, sowohl wie auch gegenüber den Zahlen, die sie von ihren Partnern innerhalb des Netzwerks überkommen. Es ist das erste Mal, dass so etwas im Sicherheitsbereich geschaffen worden ist. Wir haben damit einen Standard gesetzt in der Bankenwelt und haben einen sehr grossen Kundennutzer stiften können. Uns hat extrem beeindruckt, wie die weltweit tätig sein müssen im Bereich der Sicherheit. Gerade momentan, wo in Nordafrika so viel läuft, Naturkatastrophen in Japan, momentan in London, die wir hier mitbekommen haben. Wie es wirklich eins zu eins läuft. Nicht so, wie man es in den Nachrichten gehört, sondern vor Ort. Ich habe hier ein Beispiel von einem unserer Kunden, der gesagt hat, die hat für Ägypten ein Flugzeug charteren, das Personal bewaffnet zum Flughafen zu bringen und dann ausfliegen mit der ganzen Familie. Das sind so Eindrücke, die wir sonst wahrscheinlich nicht mitbekommen hätten. Es ist auch so gewesen, wir sind wirklich in diesem halben Jahr als Team zusammengeschmolzen und wären sicher lebenslange Freunde bleiben. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das Ganze auf Englisch abgelaufen. Und da hat sich herauskristallisiert, der Begriff Awesome. Hervorragend, ausgezeichnet heisst. Und das gilt für unser Team, unsere Arbeit. Es war genial, just awesome. Obliv das Professional Fertilium Folgen Und das gilt Vergeschmolzen